Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf Luft verschafft Die Mannschaft von Trainer Thorsten Lieberknecht gewann am Sonntag im Keller-Duell bei Erzgebirge Auel mit 3 zu 1, 2 zu 1, und sicherte sich den ersten Sieg seit drei Spielen Durch den Erfolg zog Braunschweig auch in der Tabelle an den Sachsen vorbei, und setzte sich vom Relegationsrang ab Sulaiman Abdullahi, 13. Schrägstrich 71. Klammerzu und Domi Kumbelar, 35. Klammerzu erzielten die Tore für die Niedersachsen, Pascal Köpke, 12 Klammerzu hatte Auel mit seinem ersten Tor seit dem 22. September in Führung gebracht.Die Mannschaft aus dem Erzgebirge steht durch die Niederlage bei der Eröffnung des frisch umgebauten Stadions bei nur einem Sieg aus den vergangenen neun Partien Auel zeigte zu Beginn die reifere Spielanlage, und beschäftigte die Gäste mit gepflegtem Passspiel Nach dem Ausgleich der Braunschweiger vergab Dimitri Nazarov, 19. Klammerzu zunächst die große Chance für die Gastgeber, Heekum Bela traf Auer ließ in der Defensive immer wieder Räume für gegen Angriffe.Braunschweig wurde in der Folge aggressiver, auch wenn weitere zwingende Möglichkeiten ausblieben Die Auer hätten noch vor der Pause beinahe ausgeglichen, einen Schuss aus 20 Metern von Ex-Bundesliga-Profi Christian Tifat, 42 Klammerzu lenkte Eintracht-Keper Jasmin Fetzig über die Latte.Im zweiten Durchgang verflachte das Spiel Die Offensivbemühungen beider Teams waren meist zu ungenau, bis zur Entscheidung durch Abdullahi wurde es selten wirklich gefährlich 2. Liga. Braunschweig mit Befreiungsschlag in Auer. Bewerte diesen Beitrag Bewerte diesen Beitrag . . . . . . .